In dieser Abbildung sehen wir den Aufbau eines IP-Pakets vor, während und nach der Übertragung zwischen zwei Security-Gateways im IPsec-Tunnel-Modus. In diesem Fall wurde zur Verschlüsselung ESP und zur Authentifizierung AH verwendet. Wir sehen, dass ESP zuerst die Daten inklusive des originalen IP-Headers verschlüsselt und den Hash-Wert als Trailer an das Paket anhängt. Gleichzeitig wird zur Übertragung über den Tunnel ein neuer IP-Header generiert. Der originale IP-Header wird dabei nicht verändert. Anschließend erfolgt die Authentifizierung bis hin zum neuen IP-Header. Am Kommunikationspartner angekommen, findet zunächst die Authentifizierung statt. Nachdem diese erfolgreich ist, werden die Daten entschlüsselt.